Grüß euch miteinander. Wir wissen alle, es war jetzt eine sehr schwierige Zeit, aber wir haben uns trotz der schwierigen Zeit sehr gut vorbereitet, haben leider keine Vergleiche gehabt und keine Wettkämpfe. Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt dann losgeht und ich hoffe, dass ihr uns die Daumen drückt und bis bald. Ciao.